so weitere folge hello neighbor nachbarschafts ärgern brutal und leicht gemacht wir gehen direkt offensiv darauf zu ihr seht es wir müssen doch irgendwie zum erfolge kommen auch nicht mehr das geht auch nicht vorne so geht das nicht hat muss da oben da oben also ist hier im haus irgendwo ein strom das problem ist eben halt wir kommen einfach 0 diese scheiß hütte rein ich hasse das ja wenn immer der joystick abspackt oh ja ja genau genau das meine ich es packt einfach permanent ab kriegen wir nicht auf die fucking tür das ist so anstrengend leute wirklich das super super anstrengend wenn wenn man hier weißt du den knüppel du willst gerade weglaufen und dann hängt zu den geht es nicht oh mein gott also dass das ist es scheint ja ein tolles spiel zu sein für pc oder so oder für playstation aber finden handy ist es echt anstrengend super anstrengend das läuft überhaupt nicht flüssig was hat ist schnauze arschloch nach bei so herr nachbar das macht natürlich dann strung wieder an so also da du kackvogel ja eigentlich habe ich mir vorgestellt darüber ganz im ernst ich würde auch gerne da oben leiter hoch und pipapo da oben dachboden und sollen kommen da kommt es ja nicht drauf beziehungsweise nicht wenn die steuerung so affig ist wenn das immer abhängt weißt du dann gehst du zwei schritte und fällst runter so nicht mal ich glaube auch das werde auch die letzte folge sein ich komme hier nicht nach das ist echt total anstrengend das ist aber wenn man so offensiv rauf geht einfach wisst ihr das schmeißt den ganzen nachbar jetzt seinen ganzen shit voller im shit keine pause einmal eben ach jetzt habe ich verkehrt um die kamera gedreht ach ja je das geht natürlich immer nicht so doch geht geil so fortfahren so scheiß nachbar genau ich wollte ich war gerade bei ihnen Müll rüber zu werfen huch na komm genau da nimm das du hässlicher Mann ich hasse dich und deine Mutter deine Mutter ist sowieso kacke oh alter wie jumpt er da rüber ja was denn hör du hässlicher Pämpf ich verprügel dich kann man nicht damit beschlagen das wäre geil du Assi aaa aaa guck zu hopp das darf doch nicht sein! Verstecken! Verstecken! Alter, verstecken! Alter, versteck dich! Bist du doof, Junge? Wieso versteckt er sich nicht? Alter! Versteck dich im Bett! Junge, versteck... Versteck sich doch jetzt, Mann! Wieso versteckt er sich nicht im Bett? Das macht mich total wütend! Alter, dieses... Man kann sich in dem Bett verstecken, das weiß ich, das habe ich nämlich schon mal gemacht, aber jetzt... Oh Gott! Scheiße! Ja, wollen wir gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, kommt der Kollege hier vorbei, weil man muss sich hier so dreist hinstellen, damit man hier mal parken darf. Unsere Kinder, habt ihr genug? Okay, er ist draußen, der Nachbar. Jetzt ist er drin, er kann mich ja nicht hinwischen. Geht ja nicht, ich bin dann im Bett, wo er soll jetzt wissen, wo ich bin. Das kannst du mir nicht erzählen, mein Freund! Das kannst du mir nicht erzählen! Das kannst du mir nicht erzählen! Hä? Er ist ziemlich nah dran, ne? Er ist im Haus, man hört's! Warte mal kurz Pause, Freunde! So! Unter dem Bett des Nachbarns! Jetzt trauen wir uns mal raus! Er ist draußen! Er ist draußen! Jetzt ist er drinnen! Er ist immer noch drinnen! Das Problem ist, regnet hier draußen in Wirklichkeit so doll, dass ich kaum das Spiel hören kann. Wie sieht's, ne? Regen! So, und... Er geht auch nicht raus, der Nachbar, ne? Oh! Er hat uns sogar gleich erwischt! Aber wie kann er uns denn sehen? Ja! Ja, als ob! Achso! Ha! Jetzt da draußen! Handtasche! Keine Handtasche, die sind einmal voll! Oh! Ey, gibt das nix interessantes! Was? Alter! Mann! Spiel! Lass mich in den Schrank rein! Wow! Das ist das, was ich meine, was halt total auch ankotzt! Weil du die ganze Zeit auch immer irgendwo drückst und machst, aber das reagiert nicht! Es reagiert einfach nicht, ne? Das ist echt anstrengend! Das nimmt also ein bisschen noch die Freude am Spiel, tatsächlich! Das nimmt also ein bisschen noch die Freude am Spiel, tatsächlich! Oh! Wo ist der denn gewesen? Gar nix! Hier! Ah! Jetzt hat er die Tür zugemacht! Oh! Herr Nachbar! Das war alles nicht böse gemeint! Ich hab's dir eigentlich gemacht! Ich bin auf der Straße! Hier darfst du nämlich nicht hin! Ich bin auf der Straße! Yes! Sir! Ich beschmeiß ihr Grundstück mit Fufu! Hier! Nimm sie das! Sie sticken das Stück Scheiße! Hier! Kriegen sie noch Müll hinterher! Warte mal! Das dauert ein bisschen! Haufen hält nie! Das geht nicht so gut! Hier! Da haben sie's doch! Ich schmeiß ihnen ihre Scheibe ein! Ihre wunderschöne Scheibe! Warten sie! Geht sofort los! Es dauert alles ein bisschen! Ich fahr ihr Auto an die Wand! Ach, das haben sie ja schon getan! Herr Nachbar! Da! Nehmen sie das! Ja! Ich bin ein randalierendes Kind! Was ist das passiert? Was ist das passiert? Ich blöse das. Oh! Oh! What a- Vielen Dank.